Hi, ich bin Carla von Fridays for Future. Wer Fridays for Future noch nicht kennt, wir setzen uns für schnellen und effizienten und gerechten Klimaschutz ein. Das alles hat vor fast zwei Jahren mit Greta Thunberg angefangen, die sich vor das Parlament gesetzt hat und ganz alleine zu streiken angefangen hat. Jetzt sind wir heute zu einer weltweiten Klimastreikbewegung geworden. Aber was steckt genau hinter unserer Arbeit? Wie schaffen wir es, über Social Media Millionen von Menschen zu mobilisieren? Genau das möchte ich euch in Studio K zeigen und dich als Festivalblogger für das Klimafestival Ruhe machen. Er hat spannende Einblicke in meine Arbeit. Bei Fridays for Future bekomme wichtiges Hintergrundwissen zum Thema Klimagerechtigkeit und Klimaschutz, damit du auch für dein nächstes Interview gewappnet bist.